Jo, das hier ist, das hier mal gehen, guck euch die PS4-Bo ab, hier geht es. Die ist viel Giga als die normale, da geht dann schon in irgendeiner Schiebgange. Und ich hab noch eine zugestliche Festpacker-Schule gekauft gehabt, ja. Mir geht es, ich hab die schon ein paar Jahre, die PS4-Bo, hab die jetzt schon ein paar Jahre. Und natürlich hat die noch zugestliche Angriffe, was die normale PS4 nicht hat. Die hat hier mehr Angriffe und, ja. Und hat besser gebrückbar, die geht natürlich, die PS4-Bo. Aber wer ein ungekehrt nicht erkennt, der hat keine Ahnung. Der hat leider keine Ahnung und der sollte dich lieber eine Mikro-Welle kaufen. Weil wer ein ungekehrt von der normale PS4 und von der PS4-Bo nicht erkennt, der sollte dich lieber eine Mikro-Welle kaufen. Das ist PS4-Bo, normale habe ich leider nicht hier, ich habe nur eine PS4-Bo, auch andere habe ich nicht. Und, ja, müsst ihr googeln und dann geht ihr den Unterkick. Und, ja.